Er war da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr denken, ich glaub ich hab Fieber, ich glaube ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaub ich muss sterben, was wenn mein Herz zerbricht? Nein, mein Kind, das wird es nicht und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist nur Liebe, da hilft keine Medizin. Beim ersten Mal tut's richtig weh, doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen. Es ist nur Liebe, da hilft keine Medizin. Linda war die schönste Bendenfootballstar. Träume so groß, das perfekte Paar. Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant. Doch jetzt liegt sie wach, ob das schon alles war. Und sie denkt an ihn und an die Zeit, als sie noch so verknallt war. Jetzt ist alles so ernst und sie weiß nicht mehr, ob das wirklich Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr denken, ich glaub ich hab Fieber, ich glaube ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaub ich muss sterben, was wenn mein Herz zerbricht? Nein, mein Kind, das wird es nicht und bitte glaub mir, Schatz.